Kommen zurück zu Let's Play! Pantanze 13-2, es geht hier auch schon gleich wieder los! Noel hinterher laufen, da hinten... So, äh... Oh, und da hinten ist auch unser Ausrufezeichen, da müssen wir hinsetzen. Gibt denn das überhaupt so aus? So übertrieben groß ist, egal. Verreuen wir uns doch! Oh nein, einen armen Vipi! Na gut! Ja... Ja gut, okay. Ja, so machen wir das. Einfach versächert Behälter und Beruf da. Passt schon irgendwie. Äh... Alle eingeschlafen oder was? Ja. Hallo, geht's los? Dankeschön! Das muss man nicht verstehen jetzt. Da pennen sie schon wieder. Insoriert aber, ihr kommt zu fahren. So, jetzt sind alle aufgewacht. Hui, trotzdem noch 5 Sterne. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber gut. Hopp! 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 Jihaa! Und da ist ein... ...ein... 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 ...was auch immer... Ding. ...ein... Guck! Yule sahen die Zukunft, die Gnoll kämpft um zu schützen. Sie glaubte, dass sie irgendwann einmal mehr sehen würden. Du musst nicht schreien. Wir treffen uns wieder. Yule... Ich versuche, dass ich dich niemals vergleiche. Nicht mehr. Ich werde ihn nicht wiederholen, bis ich ihn wieder finde. Das stimmt. Komm schon, wir ändern die Zukunft. Die Oracle Drive! Hey! Er ist zurück! Ich denke, er hatte Angst, dass er hier immer schützt. Der Spirat von Mog war geöffnet, irgendwo in der Vögel. Obwohl er sieht alles, was wir gemacht haben, er konnte uns nicht sehen. Er sagte, dass die Lichter kam, um ihn zu retten. Und das ist so, er zurückgebracht hat uns. Dann, Mog sagte uns, er hat eine Botschaft. Eine Botschaft von meiner Freundin. Es war die Wahrheit über Kaios. Wir müssen sprechen, Kubo. Mog, erzähl uns was du wissen. Kubo! Ich weiß alles über Kaios, Kubo. Die Farseer Gardein haben eine Botschaft gegeben. Sie müssen die Ziris zu retten. Sie waren Lassi, Kubo. Die Gardein waren die Pfalseer Gardein. Kann das wirklich wahr sein? Das bedeutet, dass Kaios ein Lassi ist? Nicht mehr, Kubo. Er wurde von der Botschaft. Etro ihn freut hat. Und er ist nicht mehr ein Lassi, Kubo. Das ist genau das, was passiert mit dem Lassi ist. Wir waren Lassi, und die Gardein interveniert für uns. Kubo! Aber Kaios wurde auch ein Immortal. Er ist auch ein Lassi. Er hat seit Jahrhundert und Jahrhundert auf der Seite des Ziris. Er schützt sie immer. Der Gardein des Gardein, Kubo. Er hat gehört jede Prophezei, die die Ziris hat gesehen. Er kennt die ganze Zeit. Er hat die Zeit, die Erinnerung und seine Immortalität erhält. Er hat eine große Kraft. Er kann sich einfach durch die Geschichte und die Verkaufelung auf den Weg zu lassen. Kubo! Er hat sich seit Jahrhundert vorgelegt. Ja. Er hat sich vor allem von Anfang angelegt. Jetzt wissen wir, was der Krieg ist. Wir müssen ihn nicht verhauen. Wo war meine Freundin? Nachdem sie mit mir geholfen hat. Sie ist auf dich erwartet, am Ende der Zeit, Kubo! Ich denke, das ist so, wie die Tränen endet. Nein, das ist nur das Beginn. Kubo! Kubo! Ich habe die Welt des Tränen, und endlich weiß ich die Wahrheit. Es geht nicht darum, wie schwer das Gehen wird. Ich weiß, dass ich jeden Herausforderer kann. Ich habe es gefunden, Lightning. Hoffnung, in der Mitte des Stärken. So, und ab jetzt wieder durch das Stargate in irgendwelche unerklärlichen Weiten der Galaxie und Zeit und Raum und so weiter. Und mal gucken, wie wir da noch alles antreffen. Vielleicht den Herrn Müller aus dem Black Mesa. Ja, man weiß es nicht. Oh cool, es ist... Ist das meine Stadt? Kubo! Hm... Es sieht viel wie meine Ära. Ich wundere, ob jemand hier ist. Mal schauen. Kubo! Neobodon. Neobodon. 700 Jahre in Zukunft. Okay. Ja, sieht doch eigentlich recht edelisch aus, finde ich. Ja, hier lässt sich sicherlich gut leben. Oh, super dramatische Langsam-Bierei. So, wir lang, ganz langsam gehen. Ich kann auch nicht schneller. Ja, genau. Das ist unsere Siedlung. Ah, endlich können wir wieder nochmal laufen. Hopp. Oh, was ist das denn hier? Hä? Prost! Öffne jetzt. Zeig, was da ist. Hm. Na gut, okay. Dann halt nicht hin, wo sie da ist, wo sie das Heidspeil ist. Ich wundere, ob es irgendwo führt. Woher führt dieser Heidspeil? Papa! Den kennen wir doch irgendwo. Oh, ja. Oh, ja. Leitning? Was machst du hier? Das ist ein Zukunft. Das kann ich nicht retten. Ist das wirklich du, Leitning? Du mich nicht? Nein. Das ist gut. Du wundere. Du wundere. Du wundere. Du wundere. Du wundere. Du wundere. Das ist alles, was für mich in der Vergangenheit passiert. Und über denjenigen, die in der Zukunft will. Mehr als ein Geheimnis erinnert hat. Kokon wurde von Fang und Vanille gegründet. Wir sind aus unserer Crystal-Sleep-Kristal-Sleep, und unsere Brands sind weg. Es war Atro's blessing, es war unser Geheimnis. Ein Garten wurde in den Unsehen gegründet. Und durch ihn, die Gottes gegründet hat uns mit seiner Geheimnis. Know was das ist, Dodge? Das ist unser Haus. Kokon. Must be your first time seeing it from the outside, huh? Ja! Daddy! You reminded me of you, and why I had to go on. Ich fühlte ein whirlwind von Emotionen. A large part of it was Happiness, und Relief war da, auch. Aber in der Mitte, ich fühlte mich nicht leicht. Vanille und Fang sind weg. Und der Welt war im silence. Wir haben uns gegründet. Wir haben uns gegründet, aber ich kann nicht relaxen. Ein neues Kampf zu beginnen. Was ist das? Was ist das? Watch out! Was ist das? Der Tag eröffnete ein Portal für eine andere Welt. Und aus den Dämpfen der Rift gab es eine Schmerz, die kein Platz in unserer Welt hatte. Eine Erresistible Kraft, die mich weggebracht hat, nach dem Zeitpunkt. Die Gräume der Dime haben eine Galle geöffnet. Eine Galle, die direkt zu der Throne der Gottes gebracht hat. Etra wartet nach der Galle, und sie hat mir geholfen in der Menschheit. Aber eine Schmutzung schlafen hat sich durch und versuchte, um unsere Realität zu verletzieren. Etro schloss die Gate, und die Zeit schlafen. Die Zeit verletzte, und die Existenz selbst verletzte. Ich bin verloren. Die Schmutz hat mich in der Erreignung, und hat mich aus der Geschichte geschrieben. Ich bin ein. Wo bin ich? Valhalla. Über Zeit. Über Leben und Tod. Ein weiteres Wetter. Ein weiteres Wetter. Ein weiteres Wetter. Ein Wetter des Wetteres. Ein Wetteres Wetter. Was hat mich auf diesen Schaden gebracht? Von Valhalla, ich konnte die ganze Zeit. Ich habe die Zukunft der Menschheit. Und fühlte mich Atro's Divine Will. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die Frau ist weg. Wenn sie ihre Geist zu sein, die Welt steigern würde in Entropie. Ich habe meine Wahl. Ich werde mich. Ich werde kämpeln. Ich werde kämpeln. Ich werde niemals geben. Etro hat uns entschieden. Sie hat uns entschieden. Und wir können nicht verlieren. Es begann mit Valhalla. Ist das richtig? Whatever kam von dort, hat die Paradox. Hat die Gäte zu appear. Hat die Timeline. Lightning. Was hast du gesehen? Ich weiß nicht. Es war ein enormes Macht. Es war etwas, was nicht in diesem Weltall existiert. Nur Etro kann das Macht kontrollieren und behalten sie in Valhalla. Wenn sie wegzunehmen, würde sie nichts stoppen. Und das ist das, Kaios will. Wenn sie wegzunehmen. Er will, zu finden, zu finden, in ihrer Tempel. Und sie wegzunehmen. Der Chaos wird in der Welt des Menschen. In unsere Welt. Through die Unseam Gäte. Eine Gäte? Wenn eine Person stirbt, ihre Soul fliegt in der anderen Welt und durch den Portal. Wenn ein sehr viele Menschen stirbt, die Gäte muss öffnen wide, um sie durchzunehmen. Zum Beispiel, wenn ein Kogon fällt. Genau. Es wäre unverwaltbar. Die Kraft des Chaos würde durch die Gäte wie eine Flüge durch eine Bremse. Was würde dann passieren mit dem Welt? Chaos würde alles infectieren. Es wäre pure Entropie, ohne Leben, oder Todes, oder Zeit. Kein Leben, oder Todes. Du meinst wie Valhalla? Ha! Das ist was Chaos nachher!